Warnung! Die folgenden Szenen können Beleidigungen, extreme Aufregung und sogar Hassreden, in Klammern gegeneinander, beinhalten. Diese sind in der Regel nicht ernst gemeint und beeinflussen in keinster Weise die Beziehungen untereinander. Hoffentlich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer nervenaufreibenden, freundschaftszerstörenden Serie von Camp Out. Oh, ich sehe dich im Kreis laufen, warte, ich bin noch nicht so weit, ich muss erst mal meine Haare hübsch machen, nein, war ein Spaß. Boah, dafür gehen wir jetzt direkt rein, so. Ich sehe sowieso immer aus wie das große Stück Scheiß. Habt ihr die Aufnahme an? Ja, ich hab die Aufnahme an. Das ist gut. Und damit sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben nur technische Probleme, deswegen sind wir gerade alle schon genervt, bevor wir anfangen zu spielen. Ich nicht, ich hab keine technischen Probleme. Ich bin immer genervt, das wisst ihr ja. Oh, der Mist war das. Du kannst nur obenrum auf meine Seite... Ich kann mich nicht bewegen. So, bei mir geht's nicht mehr. Oh, nee. Ich kann nichts machen. Ich helfe dir. Wir kriegen das hin. Warte, du hast die Axt, du hast die Axt. Du musst nach oben und dann nach rechts rüber laufen. Dahinten sind die Bäume. Aber wir machen das zusammen. Hinter dem. Der Ecken hat mich jetzt nicht mehr bewiesen. Der ist ausgefahren. Der ist uns nicht mehr. Aber er ist trotzdem da und wir haben ihn trotzdem alle lieb. Ich unterstütze euch. Ja. Wenn ihr auf die andere Seite gehen müsstest, dann müsst ihr hinten nur hinter dem Wasserfall her. Ja, warte. Aber nur von der einen Seite. Holz, Holz, Holz. Schatz, geh doch einfach mal auf den Weg, statt da oben zu stehen. Ja, ich muss die Spitzsacke beobachten. Nein, da kommt schon das erste Eiche und schon klaut alles. Also ich komme nicht mal hier hochgelaufen. So. So, zwei brauchen wir noch. Zwei Holz, zwei Holz fürs... Ich hab jetzt fürs Kämpfeier als erstes gemacht. Oh, das Eiche und die hat mir das einfach geklaut. Ja, die klauen immer die Altenzwecken. Ich weiß, dass es uns heute Abend zum Essen gibt. Wenn wir den Ofen auch gemacht haben, fangen wir die und dann können wir die grillen. Warte mal, was brauchst du denn? Äh, Axt ist auf der anderen Seite. Ohhhh. Darfst du Zelt hinstehen? Hm? Ja, machen wir einfach. Ich mach das jetzt einfach. Keine Reaktion ist auch einer. Äh, wir brauchen aber noch Holz. Wir brauchen noch Holz. Warum nimmst du dann die Axt mit auf die Axt? Weil ich das hier nicht abbrechen kann. Nein, Angel, Angel, Angel. Ich mach das Holz. Angel, 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 du bist Holz. Achtung, Dane, Dane. Ich verstehe gar nichts davon, was sie überhaupt noch sagen. Nein. Oh mein, ich bin gestorben. Sie ist eine Fischgräte. Ach nee, das ist der Fisch. Ich bin gerade gestorben. Oh, meine Web... Wo bin ich denn? Ach da. Da, Angel, du hast die Angel direkt bei dir. So, ja, sorry, meine Webcam meinte sich gerade irgendwie Grundzuschreiten. Schwarzzuschreiten. Nein, ich meine meine Tastatur gibt, äh, meine Eingabe gibt, ja. Warte mal. Da sagst du nein, du solltest dich darüber freuen. Wer angelt denn jetzt hier? Gar keiner. Wieso kann ich die aufheben? Mann. Mach die Fische da rein, mach die Fische da rein, mach die Fische da rein. Los, 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 ich brauche noch ein Holz hier. Jungs, beeil dich mal ein bisschen. Ne, ich brauche mehr Holz, ich brauche vier. Jungs, beeil dich mal ein bisschen. Also, ich habe ein E-Pima eben verdoppelt. Ja, genau. Ja, dann schmeiß rüber. Kannst du es rüber schmeißen? Nein, kann man nicht. Oh, mein Zelt, mein Zelt, mein Zelt. Ja, mach dein Zelt, mach dein Zelt, mach dein Zelt. Ja, wir müssen alle Sachen holen, sonst schaffen wir das nicht. Boah. Ich komm, ich komm vorbei. Aha. So ist das Zelt jetzt weg. Boah, wer hat die ganzen Fische da rein? Nein, nein, die brauche ich. Mach da Holz rein, mach da Holz rein. Scheiß, hachst dich. Oh, die will ich nicht. Ja, die haben mir jetzt das Zeug gesteilt. Steine, Steine, wir brauchen Steine. Steine braucht das Land. Ich hacke dich mit der Spitzsacke, du Scheißhäischhütchen. Ich mach noch Holz. Ich mach noch Holz. Steine braucht das Land, bringt mal einer welche mit. Ich pass nicht auf einfach, ich bin Out of Order heute. Es ist so dunkel, wir werden alle sterben. Ja, das war's. Ja, wie gesagt, du fehlst. Das war mein Siegessprung. Ja, jetzt muss man dazu sagen, der Epi hat sich auch so auf die Faula Road gelegt, ne? Das geht gar nicht. Ja, ich dachte, ich hörte das mal alleine Frauenpower, aber das hat nicht funktioniert. Ja, immer diese zwei Menschen, da muss man nochmal drüber reden. Das ist ja auch immer normal, macht euch nichts draus. Äh, nicht weitergehen, wo gehst du hin? Ja, doch. Ich mach doch gar nichts. Ne, ne, ich mach ja die Gameplayerin. Die Gameplayerin. Ich dachte immer irgendwas, ohne zu fragen. Jetzt bin ich es wieder schuld. Die Gameplayerin ist immer schuld. Regel Nummer eins sagt, Gameplayerin ist immer schuld. Ja. Guck mal, ich hab nichts bekommen. Wieso krieg ich hier nichts? Hallo? Oh, ich bin der mit dem Kopftuch, ich vergesse das immer. Press E, warum E? Lass mich in Ruhe. Ja, aber das sieht wirklich ein Kopftuch aus. Wer macht E? Äh, wer macht E? Wer macht E? Was ich sag? Nein, ich sag, wer macht E? Ich sag, wer macht E? Wir bauen Holz, äh, Steine, wir bauen. Ja, ich bin ja schon... Also einer, eigentlich nur einen hier. Ich krieg hier null Unterstützung von Moana. Ich muss hier mit... Oh, nimm diese scheiß Zelt rein. Was ist hier noch mal wieder Holz hier? Ihr kommt ja nicht in die Pötte. Ja, nein, nein, hier ist Holz. Oh, komm schon. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. So, warte, seid ihr? Oh, keine Scheiße. Nein, ich krieg noch Holz. Oh, ich geh Holz machen. Ich will das auch noch machen. Äh, jetzt lass mich doch mal hier durch. Wieso rennst du? Ich geh Holz machen, dann renne ich wieder nach links, ohne Holz gemacht zu haben. So, mal. Man kann das Holz einfach rüberschmeißen. Seh doch, hier. Ich stirb gerade. Zack. Oh, das dauert, das dauert. Das dauert, das dauert ins Wasser. Wir sind einfach unorganisiert. Nein, geh weg! Oh, du Mist! Stein? Da. Ja. Ich hab's gefunden, denn ich habe es. Hammer, Hammer, Hammer. Wir brauchen den Hammer hier. Auf der linken Seite. Ja, dann mach du den Hammer. Ich baue schon mal das nächste Zelt auf. Hammer. Ich seh mich nicht mehr. Da hat die Axt, ach, da drüben. Da ist schon mal ein Holz. Jawohl, du kannst ja auch rüberwerfen. Du musst dich jedes Mal rüberlaufen, du kannst dich einfach rüberwerfen, die Holzscheitel. Dann kommen einem noch eine. Also, bei mir ist es rübergegangen. Alle stürzen sich auf die Axt. Nein, wieso nimmt der das nicht? Ich bin schneller als du, ich bin schneller als du. Kann ich schon mal Holz rüberwerfen, hier. Wieso kommst du denn? Ja, wir brauchen jetzt mal Steine. Och, Mann, ey. Man hätte ja sein können. Nein, warum kann ich das nicht nehmen? Boah, ist das hier schlechtes. Schlechte Organisation. Wo ist das Feuer? Feuer? Also, nicht. Ach, Mann. Ihnen doch mal den Hammer von meiner Stirn weg, hier. Holz. Holz, Holz, Holz. Einmal. Aber wir brauchen vier Holz. Äh, drei, also. Ja, nee, wir brauchen gleich zum Abschluss auch noch Holz. Denk dran. Äh, nee, die Hacke brauchen wir. Die müssen wir mit drüber nennen. Welcher Hacke? Naja, die Holzhacke. Nein, die klauen hier wieder das ganze Holz. Ich denke, man muss Holz noch mitnehmen. Ich würde das einfach rüberschmeißen, weil mir hat das funktioniert. Ja, aber die klauen hier das ganze Holz. Das ist das Problem. Wir brauchen rüber. Gucke, zack. So, Axt, Axt. Nein, 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 geh nach links mit der Axt. Nach links, nach links, nach links, nach links. Mann, ist doch gut, ey. Nee, ist nicht gut, wir haben keine Zeit mehr. Jetzt renn doch mal rüber. Ja, wir schaffen das eh nicht. Das ist doch ganz locker. Mach mal einer, schon mal Fische. Okay, ich mach Fische. Ich mach Fische. Das geht gar nicht. Guck mal, wie schlecht wir jetzt hier gerade am Ablosen sind. Aber das ist nicht nur die Wahrheit, dass wir am Ablosen sind. Dass ihr schlecht seid, das stimmt. Nein, du bist schlecht. Du hast also die erste Folge, müssen wir ja mal sagen, da standest du einfach noch rum und hast gar nichts gemacht. Ja gut, das stimmt, aber das lag ja an der Technik. Das stimmt ja gar nicht. Man kann ja immer sagen, das war die Technik. In Wirklichkeit war ich eigentlich auf einem anderen Bildschirm, deshalb, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Pass auf, lass uns erstmal hier das Zelt machen. Werf das Holz einfach nur rüber. Nein, die Steine müssen erstmal rüberkommen. Steine, 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 Steine. Nö, warte. Du sammels ein, ich mach. So, hey. Nein. Gib mir die Steine. Ich hab einen. Oh, der Lars müsste eigentlich jetzt einen mit rüberbringen. Soffen. Das Spiel hasst mich, glaube ich, ein bisschen. Ein bisschen dolles vielleicht. Oh. Ich bin gestorben. Ich hab mich darauf verlassen, dass du mit einem ankommst. Ach, das ist. Du bist gerade reingekommen und ich hör das Eichhörnchen. Nein, weg da. Mist. Wir machen, erst mal ein Zerbate, ich hole Laternen. Hast du einen? Gut. Ja. Er hat mir den Hammer geklaut. Das drüben hinstellen, das zählt das nächste? Nee, nee, macht das mal bei euch hin. Nein. Ich mach Steine. Das Holz fliegt hier immer runter. Einer macht Steine. Passt. Ich komm holen. Einer muss immer von einer Seite rüber. Ich ersauce schon wieder. Das Spiel muss mich... Schnell Holz her rüber. Das Spiel... Ja, ich bin ersoffen. Das Spiel macht mich gerade höchst aggressiv. Ich bin voll reingesprungen. Mach die Steine da rein. Warte, warte. Komm her, Stein. Eins. Nein, wieso nimmt der das nicht, wenn der da rüberläuft, Mann? Wir brauchen die Axt. Ich mach noch Steine. Und die Piksatz. Jetzt nimm mir doch die Axt, Mensch. Was ist das denn, ey? Du kleines, mieses Aß. Wo bin ich überhaupt? Hier oben. Warum bist du hier auf der Seite? Was machst du hier? Weil ich drüben nichts mehr machen kann. Ich hole den Hammer... Nee, der Hammer ist bei euch. Oh, Leute. Ich krieg ihn nicht. Ich komm nicht hin. Mann, du darfst dich aufzuregen. Das liegt nicht an uns. So, wir machen... Holz, 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 Holz. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ein Zelt ist durch. So, ich werfe das Holz rüber. Ja. Eins. Kommst du da ran? Ja. Ich mach nochmal Holz. Also, die Struktur in diesem Spiel ist sehr starkwürdig. Das Zelt. Ich komm noch, ich komm noch. Die Struktur in diesem Spiel ist sehr fragwürdig. Schnell, Holz. Holz, 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 Holz. Nein, das Holz. Er hat sich davon, er kann sich nicht selber regulieren. Oh, nee. Nein, ich rechte es nicht. Oh, fuck. Wer ist in der Erste Hilfe? Kannst du auch dahin geschmissen? Ich hab zumindest das Gamefeuer noch gemacht. Ich brauch die Axt mal. Ach so, ich bin rüber geflogen, leider. So, warte. Oh, wir haben keine Zeit mehr, Leute. Seil. Ach so, scheiße, Seil. Komm, mach Seil, 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 Seil. Ja, und die Axt brauchen wir nicht. Schnell, Seil, 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 Seil. Holz. Äh. Zwei. Oh, ein Auflauflauf. Und die Axt. Ach, ich komm mit rüber, warte. Dann kann ich die Axt noch holen. Oh, wir sind zu blöd für das Spiel, glaube ich. Nimm das Holz mit, was unten liegt. Ja. Hab's. Schatz, fischen, fischen, fischen. Ach so, scheiße, ich kann ja nicht ohne. Ich hab Steinen in der Hand. Ah, Agil. Nein. Gibt mir die Axt. Ich krieg keine Aggressionen. Ich glaub, eine Folge bezieht sich da nur auf dieses eine. Ich glaub, ich muss mich danach in Therapie begeben, Leute. Wenn ihr nichts mehr hört, dann wisst ihr Bescheid. Ich muss erst mal mich behandeln lassen, therapeutisch. Wusstest du eigentlich, dass ich im Nebenjob-Therapeut bin? Oh, da muss ich mal bei dir eine Sitzung wahrnehmen, ne? Ich mach mal ein Termin-Video. Ja, aber danach bist du mehr gestört als vorher. Ja, gestört bin ich sowieso. Ich hab's in der Pflege. Was erwartest du von mir? In der Pflege ist man immer gestört. So einer macht Stein, einer macht Holz. Ich schicke. Warte, ich komme rüber. Mach mal ein paar Reunschungsunternehmen. Ja, ich schmeiß das Holz rüber. Einer hackt vielleicht nur, dann ist es ein bisschen leichter. Du hast das Wasser, du hast das ins Wasser gemacht. Ja, ist reingefallen, da kann ich noch nichts für. Da musst du mal ein bisschen wenig Schwung machen. Ich mach das mit richtig Schwung hier. Ja, super. Ein bisschen weniger Schwung wäre auch manchmal gut. Holz, 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 Holz. Ich komm gleich noch, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Und hier liegt noch was? Oh, verdammt zu spät. Mach es hier in das Dienst rein. In das Campfire, wenn du noch hast. Nein. Wo kannst du das nicht, sag ich doch. Das ist scheiße, in der Zeit hätte ich schon das Zelt fertig gehabt. Oh, macht doch einer das Seil da rein. Ja, da kriegst du in den Pilz drin. Holz, wir brauchen ganz viel Holz, vier Stück. Ja, da liegt noch ein Barren in dem Ding, da kriegst du das Wasser aus. Nein, jetzt hat dieses blöde Mist vielmehr das Zeug hier weg. Nee, jetzt fällt wieder da rein. Ich brauche die Axt, ich brauche die Axt. Kommt, 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 kommt. Hol das Holz, schnell. Du brauchst Holz, du brauchst keine Axt. Doch, die braucht doch Holz. Jetzt mach einfach, Mann, hol das Holz. Das ist so schwer da dran. Ja, das Zelt ist gleich weg. Der Epik kriegt es nicht hin, das Holz zu holen. Nein, ich bin alle Seite schuld, dass das halt nicht klappt hier. Hier sind Fische. Schnell, die gehen weg. Oh, nein. Ach, das ist im Wasser. Wo ist die Angel? Wo ist die Angel hin? Fische, 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 Fische. Fischi, 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 Fischi. Wir brauchen außerdem Holz. Fisch, Fischi, komm her. Da, da. Holz. Holz, 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 Holz. Oh, hier ist gar kein Holz vorbereitet. Ich komme. Da bin ich. Mann, jetzt. Holz, schmeißt du rüber, ich mache. Schmeißen, das kannst du bei mir vergessen. Ich versuche da rein zu gucken. An der Auflöwarte, ich komme mit dem Holz rüber. Schnell, schnell, schnell. Mach mal hier rein. Ja, es ist kaputt. Es ist kaputt. Ja, deswegen. Hätte sie sich. So, Steine. Wir müssen das noch einmal an den Städten stellen. Ich mache schon mal Holz. Ah, geh mir doch mal aus dem Weg. Wir brauchen den Hammer gleich hier. Wo ist der? Gib mir Holz. Und mach das Holz da rein. Ich hole den Hammer. Wer noch mal von vorne kommt. Was? So. Eins ist aufgebaut. Nein, wieso nimmt der das wieder nicht mit? Ich brauche Holz. Ich bringe an. Ich bräuchte euch das Holz. Steine, Steine, Steine. Das geht doch, Mensch. Warum macht ihr das denn nicht einfach mal? So schwer ist das ja jetzt auch nicht. Wo ist der Hammer? Wo ist der Hammer? Aber es wird wieder dunkel. Dann werden es schon wieder gefällt. Es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen. Pass auf. Ich sage jetzt mal in meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn. Moana bleibt auf der rechten Seite und haut immer das Holz nach links runter. In der Hoffnung. Weil ich kriege das nicht hin. Das wo die Bäume stehen. Welche Bäume? Übrigens habe ich rechts gesagt. In der rechten Seite stehen Bäume. Auf der anderen Seite sind die Steine. Ja, das ist wieder links oder das rechte links. Auf der Seite der Bäume bleibst du stehen. Mit der Axt. Ich werde es nur verarschen. Aber gut. Und dass es jetzt auch drauf eingeht. Der Epi bleibt auf der Seite der Steine. Und ich renne wie bekloppt immer zwischen euch her, um dann den Nachschub zu sichern. Also bin ich der Holzfäller. Warte mal. Wir fangen aber auf der rechten Seite an. Weil da müssen wir nämlich als erstes Holz reintun. Ich kann gerade nicht mehr. Dann nochmal eins. Machen wir erst die Zelt. Erstes Zelt auf der rechten Seite. Dann mal eben habt ihr das Kämpfer ja zuerst gemacht. Das war total... Ich hab gedrückt. Ups, müssen wir hier hin? Ja. Ich hoffe, es war richtig. Also ich bleibe bei den Bäumen. Ja, du gehst jetzt zu den Bäumen. Aber die Axt ist hier drüben. Die muss ich dir sowieso rüberbringen. Ich bin doch hier vorne, Mensch. Hallo. Die Bisschen, ich hole. Ich kann mich hier nicht richtig hinstellen. Nimm doch mal die Sachen, die direkt vor deiner Nase liegen, Mensch. Soll ich doch jetzt Steine machen, oder wie? Ja, du sollst die Steine machen. Die brauchen wir doch jetzt. Das Problem ist, ich hab die Axt gleich in meinem Rucksack. Also muss ich sowieso rübergehen. Ja, aber doch gleich erst. Nicht jetzt. Wir müssen erst mal das Zelt aufbauen. So, jetzt brauchen wir die Steine. Warum gehst du leer rüber? Weil ich rüberlaufe, wie wir das gesagt haben, und du machst es ins Holz. Ja, der EPL hat nun da keine Planung hier. So, ich hole jetzt noch einen zweiten Stein. Wer wirft das Holz rüber? Ja, du. Nee. Ich mach das Holz. Ja, eigentlich sollte Moana das Holz machen. Darum ging es ja eigentlich. Oh, hat keiner jetzt den Hammer mitgenommen. Wollt ihr mich jetzt schlafen? Und weil er dann noch hat sich Holz gefällt, hat auch mal hab ich jetzt Stein gemacht. Ja, aber ich hatte schon einen guten Plan. In meinem Rucksack ist die Axt. Das kann man auch anscheinend nicht auswählen, wer die hat. Ja, das interessiert doch niemanden. Das geht darum, was man machen muss. Ich hab kein Holz. Ich hab kein Holz. Das liegt da oben auf der Rampe. Warum gehst du zurück? Weil du die ganze Zeit beim Holz bist. Wo bist denn du? Mach das Holz nicht, ich bin tot oder was? Der ist draufgegangen. Also wieder ein faulen Länzer machen. Ja, immer wieder faulen Länzen hier. Geht auch schon wieder nicht. Also da müssen wir auch jedenfalls drüber sprechen hier nach der Aufnahme, ne? Steine, Steine, Steine. Hammer, wo ist der Hammer? Äh, der ist da drüben. Brauchen wir noch Steine, ne? Dann stell ich schon mal das Lagerfeuer auf, vielleicht. Ja, dafür brauchen wir gleich Steine. Ja, gut, dann hab ich genug gemacht. Eins. So, zweites ist durch. Zwei. Nein, wie willst du das nicht? Drei. Äh, Holz, 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 Holz. Oh, wir brauchen noch nichts, Leute. Wir brauchen Holz. Am besten noch rüber schmeißen, ich mach rein. Äh, ja du schmeißt rüber, ich geh mit der Axt schon mal rüber. Wuh, das wär uns so gut landen. Gib mir das. Schnauze. Noch ist einmal Holz hier. Ja, ich mach, ja mach mal das. Komm, das rüber. Wo bist du? Oh, du Kackspiel. Ich hab hier aber kein, ich hab hier keine Axt mehr, warum bist du da nicht? Da kann ich auch kein Holz machen. Ich hab hier drüber genommen, weil das ist intelligent. Äh, wo ist das Licht? Nein, wieso komm ich da nicht ran? Also, Kämpfeier. Also, Kämpfeier auch. Äh, du nimmst erst. Holz, 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 Holz. Ich glaub, wir haben's doch. Oh, Schell. Nein, ich hab hier kein Holz. Und die Axt ist auch weg, wo ist die Axt? Ja, die Axt so jetzt rüber. Ja, es läuft jetzt ab. Komm, ich lauf mit drüber, dann schaffen wir das vielleicht noch. Komm. Einer macht Holz. Geräte. Wir sind wie die Eichhörnchen. Komm, das schaffen wir. Komm, das schaffen wir auch. Ah, jetzt macht doch das scheiß Ding da weg, damit ich mal laufen kann, ey. Mann, ich... Oh, ey, ich hänge hier an dieser blöden Spitzsack und kann nicht laufen. Das ist kein... Also, mein Nacht kommt, glaub ich, gleich echt klingeln, wenn ich weiter so ausraste. Aber es ist tot, das müssen wir öfter spielen. Oh, mein Mann, nein, ich hab einen Knoten. Ich hab einen Knoten im Kontroller, ich hab's doch gewusst. Nein, in meinen Haaren, aber okay. Manu, das ist doof. Also, nochmal. Moana, Holzhacken, rechte Seite. Mann, Mann. Was wir auch machen, weil es sowieso nicht funktioniert. Ja, wenn ihr nicht getauscht hättet, wäre das alles wunderbar gelaufen. Mann, die Axt ist nochmal, die Axt ist in meinem Backpack. Wen interessiert das, wo die Axt am Anfang ist? Sie, Axt, rechte Seite. Das ist trotzdem alles eure Schuld. Sie ist aber auf der anderen Seite und hat da nicht die Axt. Das heißt, irgendeiner muss die Axt rüberbringen, oder? Sie ist auf deiner Seite. Ich bin mir leid der Aggressionen, Leute. Wir haben das, wir sind doch alle letzten Männer. Ja, der Epi versteht eins nicht. Der redet die ganze Zeit davon, dass die Axt auf der anderen Seite ist. Bei ihm und nicht bei dir. Aber ihr seid beide auf der gleichen Seite. Wie Millimeter kann man mal eben hoch oder runter laufen, um das zu nehmen? Das ist nicht das Problem. Ja, einer macht Holz, einer macht Stein. Ist doch scheißegal. Achso, ich muss hier, ach, muss ich drücken? Ups. Okay, also, ich mach Holz. Ich schnapp mir die Axt, mache Holz. Boah, jetzt ist hier nicht alles ins Wasser ge... Hallo? Controller? Controller sagt nein. Technik sagt nein. Controller hat mir gerade schon alles weggeworfen. Ich weiß auch nicht. Silke, schmeiß mal Holz rüber. So. Ja, Moment, wir müssen ja erstmal hier Holz reinmachen. Ja, dann mach mal. Und einer muss rüber Steine holen. Soll ich Steine holen, gehen? Du sollst eigentlich das Holz rüberwerfen. Ich kann doch nicht gleichzeitig hacken und werfen, Mensch. Ich kann nur eine Sache. Du sollst ja nur einmal kurz hacken und dann rüber... So, hier alles... Damit der Ebi das dann rübernehmen kann. Ich laufe hier mit den Steinen rum. So, hier alles... Damit der Ebi das dann rübernehmen kann. Ich laufe hier mit den Steinen rum. Hier. Ah, da, 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 da. Ja, er ist unterwegs, er ist unterwegs, er ist unterwegs, er unterwegs. Komm, ich warte, ich bin... Rüber, 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 rüber. Na, Mann, ich geh halt nicht mal. Warum machst du jetzt Steine? Weil wir auch Steine brauchen. Ja, aber wir brauchen erstmal das Holz und das... Oh, Mann, dann mach du ein Holz schnell. Das ist jetzt deine Verantwortung, ob wir... Nein, ich bin auf der Seite. Hallo? Nein, jetzt lass doch mal dieses blöde Axel in Ruhe, Mann. So, jetzt machen wir Steine. So. Nein! Oh, Mann, wo sind diese scheiß Dinger in meinem Weg liegen? Wo ist die scheiß Axt da drüben? Ah, ich mach Holz. Mann, wo ist die Klingel? Ich kriege euch, ey. Holz, 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 Holz. Ich kriege diese Eichhörnchen weiter. Mach mal ein Lager für den Gräsen. Drei Holz, drei Holz. Und so, dreh dich. Ja, ich bin auf der Seite. Warum will ich das so weit weg? Ja, genau. Ich brauche noch mehr Holz. Wir brauchen das andere Zelt an das Holz. Nein! Nein! Nein, ich bin tot! Mann, nur weil ich dieses blöde Holz holen wollte. Das Holz machen wir... Na, das geht aus. Aber komm, Hina! Oh, Mann, ich kriege es nicht gegriffen jetzt. Hallo, wo bin ich? Achso, auf der anderen Seite. Na toll. Am besten, ich komme einfach selber rüber, weil ich kriege es nicht anders hin, glaube ich. Ach, hier ist noch ein Holz. Guck mal. Steine, Steine, Steine. Einer Hammer und ich mache die Lampe. Campfire, Campfire. Campfire, ich gehe Holz... Brauchen wir Holz, nee? Wir brauchen noch Steine. Ja, Holz danach, ja. Geh schon mal rüber. Da liegt doch ein Ast rum. Ich glaube, diesmal kriegen wir es besser hin. Ich glaube, diesmal sind wir eingespielt. Ach, du bist hier immer am Weg. Du kannst nicht rennen. Geh mal Holz an. Ja, ich bin dabei. Ich glaube, wir können das nicht zusammenspielen. Oh nein. Ich sage es mich einfach selber, glaube ich. Das ist besser als dieses Spiel zu spielen. Gerade. Nein, das macht Spaß. Aber ich bin gerade echt höchst aggressiv. Lauf, lauf, lauf. Weißt du jetzt, was ich meine? Ich hänge dauernd an diesem Mist fest. Ja, ich verstehe dich ganz langsam. Ganz bisschen verstehe ich dich. Dummer. Ja, ich auch. Komm, jetzt noch mal Steine. Oh, wir müssen es beeilen, beeilen, beeilen. Oh, verdammt, wir fällen schon wieder, Leute. Nein, sie... Bist du jetzt gestorben oder davor eingeschlafen? Das ist so komisch aus. Also, ich bin gestorben. Ich bin ertrunken. Ich bin ertrunken. Ach so. Ich bin auf der Titanic, so weißt du, 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 du. Untergegangen. Jetzt müsste man noch Zéline Dion spielen, dann passt das alles zum Spiel. So, jetzt ist die große Frage, sollen wir es trotzdem nochmal auf der Stufe probieren oder sollen wir es mal eins runterschrauben? Ich glaube, wir stellen es einen runter, oder? Wir spielen jetzt halt... Wir versuchen das gleiche Level und wir kommen nicht weiter. Irgendwann... Ey, sonst schmeiße ich gleich meinen Controller aus dem Fenster. Dein Nachbar wird sich freuen, der steht da ja schon. Ich mag nicht, ich soll doch Polizei rufen. Warum müssen wir nicht abwarten bekommen? Ja, also die Polizei, die hat mich verhört erst mal die ganze Nacht. Man! Ich muss erst mal gucken, warum mein Controller aus dem Fenster geschmissen ist. Hallo, wo ist die Axt? Wo ist der Holzfäller? Ich mach Stein. Wo ist die Axt? Ach, die hat... Ja, kam sehr spät. Ja. Und mit dem falschen. Ich brauch Holz, ich brauch Holz, ich brauch Holz. Steine, Steine, Steine. Sonst muss ich weinen. Lauf, 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 lauf. Am besten, wir nehmen uns einfach selber Holz und laufen rüber. Alter, mach vielleicht jetzt nochmal... Ich mache Holz nochmal. Nein, nicht abhauen. Nehmt euch das Holz hier. Ich mache es einfach selber. Nein, oh Mann, ich habe immer die falschen Sachen. Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Da drin. Ich will sie. Jetzt ist das Bild wieder so pixelig, also... Ja, und die ganzen Holzdinger haben die scheiß Drecks... ...Fiecherin geholt. So, im Future, ihr seid zwar schon aggressiver, wir wollen euch noch mehr reizen. Ich arme Fischer. Einmal... Oh. Komm, ey, ich bin gut. Ach, holz. Komm, komm, komm. Wo ist die Angel? Da ist die Angel. Ah, Picssacke. Wir brauchen Steine, 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 Steine für's selbst. Für's selbst. Für's selbst. Ich finde, ich bin sehr selbst über amüsant, wie ich versuche, euch irgendwie Anweisungen zu geben, aber es ist trotzdem irgendwie total dumm, was ich sage. Oh, Fische, Fische, Fische. So, Hälfte, Halt, Zoll, Zoll, Zoll. Warte mal, hier ist die Axt hier unten, oder? Oh, lauf, 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 lauf. Die Eule drüben, die Eule sieht auch irgendwie komisch aus. Ich laufe mal mit wegen der Hacke. Warum? Wir müssen das Holz haben. Hölz. Darf du rüber? Ich auch nicht. Er hat denn ihr das Zelt genau hier vorne hingestellt? Für das Zelt brauchen wir keine Haken. Nee, aber für das Feuer, was da gerade steht. Das Feuer ist doch schon... Ich bin schon da trunken. Fertig. Also wie gesagt, ah nein. Wo ist der Hammer? Unten? Hammer, Hammer. Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich machen soll hier. Licht. Lampe? Was ist das Licht? Reingehen. Reingehen. Ja, aber wohin? Ja, in Darmus. Schwebt doch. Guck. Lauf, 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 lauf. Ja. Uff. Zieh mich fürs Leben. Oh Gott, mein Humor ist heute auch zu kotzen. Oh Gott. Mein Humor ist heute auch zu kotzen, glaube ich. Tut mir leid. Ich bin einfach nur froh, dass da kein Bär kam. Aber jetzt mal ohne Scheiß, die ganze Zeit kam kein Bär da drin, ne? Auf casual kommt kein Bär. Und in der... Haben wir auch nicht gemacht. Wir haben das Oberste die ganze Zeit gemacht. Ja, aber da kommt auch keiner, glaube ich, bei dem Level. Ja, das wäre jetzt, wenn du da dauernd hin und hin... Ey. Ist ja nicht so schlimm. Aber es kommen auch deutlich weniger Eichhörnchen. Ja. Die sind nämlich nervig. Ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, dass, äh, wie du gewonnen hast, weil ich dabei war. Die Stille. Die Stille ist aber am besten. Mensch, ich bin heute gerade mit. Ich bin komplett übermiedet, Leute, ihr müsst da heute einfach mal mit klarkommen. Folgt mir einfach, ich weiß auch nicht, wohin ich gehe. Ach. Ich kann auch nichts anderes, außer dir folgen und deinem Plan zu vertrauen. Probieren wir es trotzdem weiter auf normal, oder? Ja. Ja. Oh Gott. Damit wir uns danach hassen können. Ach, pass auf. Hier fährt überall was rum. Erstmal alles auspacken. Wenn du das ändern willst, hier, drehst du einmal hier und kommst an die linke Seite ran. Das müssen wir regelmäßig machen. Nee, nee, erst mal das Holz holen. Ach so. Ja, ich mach das. Nein. Ich mach das. Nein. Mann. Das ist, ach. Ich mach dir Holz. Ich bin hier wahnsinnig. Ihr nehmt immer das Falsche auf. Ach, ich hab die Axt vergessen. Ups, ich bin getroffen. Schädelhöhren-Traum. Warte, warte, warte noch. Oh, komm. Ich komm nicht da hin. Wir brauchen... Nein! Danke. Ja, ich musste in diesem scheiß Kasten hin. Komm, ich komm. Nein, musst du nicht. Ich musste... Jetzt sind wir beide tot. Ich bin krank. Ich bin krank am Brotsschrank, deswegen. Ja, wir haben keinen zweiten Kasten. Hast du einen Bauch? Oh, verdammt, warte. Ja, aber ist jetzt eh kaputt von daher. Hörst du keiner zählen, ey. Ich weiß, wie die nächsten Folgen heißen werden. Jeder schiebt sich selbst die Schuld zu. Warte, ich renne mit... Achso, passiert nichts. Okay. Ja, das ist die Runde, die können wir schon mal vergessen. Ich muss überhaupt mein Handy schon wieder. Ich weiß es nicht. Du solltest dich nach deinem Handy gucken. Jetzt wissen wir, warum wir die Runde hier verkacken. Ja, das habe ich jetzt gerade erst angemerkt. Ich befalle da mal. So. Gibt mir mal das hier. Achso. Ja, lass uns doch eins auf. Das Eichhörnchen hat mir im Hintergebissen. Stellst du einfach hin. Ja, das ging aber nicht. Ja, das ist mein Problem. So, zwei. Ich mache Holz. Hammer, Hammer, Hammer. Ich mache Holz. Hier, Holz ab sonst. Du kannst kein Holz machen. Das ist ja noch nicht umgestellt. Ja, und ich bin da die ganze Zeit schon so durchgelaufen. Ich weiß nicht, wo die Axt ist. Liegt hier drüben, glaube ich, oder? Ja, hier, da hinten. Nein, wieso ist das Holz denn? Man, du bloß Eichhörnchen. Warte, ich hole die Axt. Ja, mach schnell. Du sollst... Oh, ach doch. Hack doch. Ich weiß kein Bock. Ja, nee, du kannst vergessen. Aber ich habe... Wir holen das heute schon mal rüber. Vielleicht ist... Ja. Äh, wo ist die Spitzhacke hin? Ach da. Ach so, aber warte, ich brauche einen Talanzkasten. Was? Du brauchst auch einen, ja? Du bist gerade weggefahren. Das ist der Selbstwort. Mann! Ey, das kann doch nicht sein, dass du die ganzen Steine hier nicht aufhelfen kannst. Wo seid ihr denn alle? Und jetzt hat der... Hat das Eichhörnchen direkt den Stein. Du hast ja alle einige Verantwortung für dieses Let's Play jetzt übrigens, wollte ich mal sagen. Alles total normal bei uns. Das ist nichts Unübliches. Ich hole mal die Axt. Ich habe ihn gefunden. Scheiße, ich bin auch froh. Wir hätten ja eigentlich genug Zeit, wenn ich sehe, wie ganz das so dauert halt. Wir sind einfach nur unorganisiert. Aber wir sollten das vielleicht irgendwie... Können wir das mal koordinierter machen? Das habe ich eben versucht. Dann hast du es einfach umgestellt. Dann konnten wir nicht weitermachen mit dem Koordinierten. Wir stellen es nicht um. Wir holen Holz in der Menge für drei Zelte. Machen gleich gleich die Zelte. Nein, Eichhörnchen. Wir machen für ein Zelt am besten. Das ist uneffektiv. Nein, das geht schneller. So haben wir das ja eben gemacht. Nichts an diesem Letzt-Effektiv, Leute. Also machen wir uns einfach nichts draus. Nur als du das umgestellt hattest, dass dann auf einmal alles falsch rumgelaufen ist. Wo waren wir denn? Ja, ich habe es so. Da oben oder da unten? Hier, ne? Da ging alles dann aus dem Ruder. Weil wir hatten dreimal Holz, dreimal glaube ich, Holz reingetan. Und dann wollten wir Steine reinmachen. Und das hat dann aber nicht geklappt, weil das umgestellt wurde. Und dann sind wir beide schon mal tot gewesen. Also wir machen jetzt mal die Rucksäcke auf. Einer macht Steine. Einer holt vielleicht. Und wir stellen vielleicht... Einmal umstellen. Erstmal Holz. Ja genau, stell das mal. Wieso habe ich jetzt das Ding hier in der Hand? So, ich mache das selber. Hast du das sehr gut? Ja, hab schon, hab schon. Ich mache Steine vielleicht? Nein, 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 nein. Steine nachher. Nachher, nachher. Koordinieren. Jetzt Steine. Nein, jetzt. Doch, jetzt. Wäre die Spitzsacke? Keiner. Nein, ich will das nicht unten stellen, Mann. Ich will die Kackacke haben. Warum machst du die Steine an der beschissensten Stelle? Wo man in dieses blöde Wasser reinläuft. Auch rauch da nicht rein. Hammer? Hammer, Hammer, Hammer. Ich wollte schon mal Feuer. Also Licht. Also ihr wisst das. Vielleicht können wir jetzt schon das Zelt aufstellen. So, nächstes Zelt. Wo ist das Zelt? Da unten. Hier, ich habe eins. Ich habe so ein Ding hier. Ja, Seil. Ich hole Seil. Ach, hast du schon. Super. Ich mache schon mal vielleicht gleich Steine. Ja, mit das Ding hier meinte ich jetzt das Seil. Nein, nicht oben. Danke. Jetzt wieder hoch. Jetzt. Oh. Ja, die Stützsacke. Die Stützsacke. Die liegt da hinten auf der Schiene. Oh, da fehlt auch einer her. Oh. Verdammt. Oh, ich muss mal eben Stein reinmachen. Nein. Oh, Mann. Nein. Warte. Warte. Ich hole euch sofort. Mach es mal da zu Ende, genau. Okay. Super. Ich hau euch jetzt so lange mit dem Ding, bis ihr wach seid. Komm, 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 komm. Ich mach schon. Wo ist der Hammer? Äh, Licht, Licht, Licht. Licht? Nächstes Zelt. Oh, heilig. Wo ist dieses? Das ist hinten. Ich habe das Seil. Ich hole es. Da unten, unten, unten. Hol das Zelt. Aber wir müssen uns ranhalten. Ja, pack rein, was hier. Ei, einer macht Holz. Holz, Holz, Holz. Ne, alle. Also, einer macht Holz und die anderen beiden laufen. Das meine ich jetzt so mit. Ah. Bring die Axt mit. Bring die Axt mit. Hast du die Axt? Ja. Da umstellen? Habe ich umgestellt? Wo ist sie? Achso, da oben. Da hinten. Nicht? Pass auf, da kommt noch eine Lore. Pass auf, wo du steht. Hallo, wieso macht ihr das nicht? Reicht das schon? Ich hole den Hammer. Hammer? Ich höre das Licht. Oh mein Gott, wir sind plötzlich so strukturiert. Das ist ja krass. Jetzt auch das Feuer. Tempfeier? Äh, ja. Äh, ja. Ich muss schon mal in den ersten Reihen. Drei brauchen wir noch. Achtung, hier ist eine Lore. Was, hier ist ein Ufo? Eine Lore. So heißen die Dinge. Ah! Das kommt vom anderen Stern heute. Deswegen, das muss man da ranlegen. Ein Stein noch, dann umschalten. Ja, äh, äh. Umschalten. Holz. Holz. Boah, hier hinten ist Holz. Pass auf, du bist auf. Oho. Ja, es hat, passt. Man ist aber noch drei Meter Platz zwischen. Ich sehe nichts, wo ist das Holz? Ach, meine Hand. Okay. Ein noch. Ich gehe schon mal zum Angeln. Warum nimmt der den nicht? Der nehmt die Scheiße nicht. Ach, Mann, ey. Ach, hast du doch. Schalt um, schalt um, schalt um. Äh, warte, warte, warte. Jetzt schalt um, schalt um, schalt um, schalt um. Fisch. Fisch. Fisch, schrerere. Ja, ihr müsst ihn holen, ihr müsst ihn holen. Nicht da rein. Nein. Aber fast. Aber knapp. Das war echt knapp. Das Spinde ist sehr deprimierend. Oh mein Gott. Du darfst aber recht keinen Fehler machen, ne? Oder irgendwie mal jemanden hochholen müssen oder sowas in dem Moment. Ja, ja, das war das Problem, vielleicht wegen dem Sterben auch. Also gefühlt, äh, von der Zeit her fand ich das vorhin, dauerte das sogar länger irgendwie, als wo wir alle so chaotisch unterwegs sind. Ja. So, wir schaffen das jetzt. Nächste Runde wird jetzt hier der Knaller. Also im positiven Sinne. Okay, wir machen jetzt einen Rückweg auf, Alter. Macht Holz. Äh, boah. Nein, du musst es aufstellen. Aufstellen, aufstellen. Wann aufstellen? Mach doch mal jemand ein Zelt, Mann. Och, laufen wir doch nicht hinterher. Warum stellt ihr das nicht dahinter, das Mistding? Dieses Böf. Nein, wieso nimmt die das nie, wenn du da dran bist, Mann? Äh, Steine, 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 umstellen. Schnell um, schnell um. Wo ist die Scheiße da unten? Ich habe das gesperrt, also mache ich das jetzt hier. Warum stirbst du da? Ja, weil ich gestorben bin. Frag einfach nicht. Ich wollte einen, wo ich zischt. Mach du das? Wieso ist jetzt hier unten noch ein Zelt? Wo ist der Hammer da? Ja, komm, mach einfach weiter. Ich hole die Lampe. Mach das Zelt weiter. Mach unten ein Holz. Schalt um, ja, genau. Nein, 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 nein. Nimm dieses Scheiß-Holz doch mal an, Mann. Ey, du rennst dreimal drumherum. Äh, mach Seil, Seil, Seil. Mensch, jetzt tu diese Scheiß-Angel weg. Oh, jetzt kommen diese nervigen Eiche. Sag mal. Ich komme hier immer noch mit dem Holz an. Und was macht ihr? Was tut mir? Steine brauchen wir. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, hat er schon. Ja, du musst uns selbst noch gefährden. Ich merke schon. Deine Hand, weil du brauchst keine Scheiß. Hammer. Oh, nehm doch den Hammer. Ach, aber vielleicht das nächste Zelt schon mal auf. Ich hole eine Lampe. Äh, Seil, Seil, Seil. Oh, wir haben noch eine halbe Zeit. Seil, hast du? Ja, Holz, Holz, Holz. Wollts machen? Ich hole Holz. Mach das hier oben, sonst kann man das so schlecht. Ich kann es hier oben auch schlecht sehen. So hat nicht viel gebracht. Jetzt steht der mit dem Hammer da. Sag mal eben beim Holz zu. Ja, du sollst mich nicht mit dem Hammer hauen. Ja, wir haben genug Holz. Steine, Steine, Steine. Komm, komm. Bring die Axt mit. Ich hole. Vielleicht erst mal ins Lagerfall, sonst geht es gleich kaputt. Huch, warum schiebt der mich hier weg? Noch einen. Nein, nimm den Axt, Mann. Nein, ich bin... Oh, macht weiter, macht weiter, macht weiter. Macht erst mal Lagerfeuer. Lagerfeuer, Steine, 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 Steine. Steine. Ich habe Steine. Schnell, 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 schnell. Scheiße. Noch einen, schnell, schnell, schnell. Dann einer Holz holen und einer mich vielleicht mal kurz holen. Ja, ich warte, ich hole den... Du machst das. Mach Holz, 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 Holz. Ja, lauf direkt zum Holz, lauf direkt zum Holz. Ich kann mich noch nicht bewegen. Oh, ich hasse das, wenn du da so drei Stunden hängst, ne? Mann, warum nimmt der das scheiß Holz? Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Geh weg. Blödes Ding. Nimm die Axt doch mal mit. Nein, Holz. Jetzt wird noch mal Holz brauchen. Mach Holz rein. Holz, Holz, Holz. Die Dinger stehen da, ne? Achs brauchen wir. Achs. Aber wir brauchen noch mal Holz. Fischen, 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 angeln. Geh rüber, weg, 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 da. Weg vom... Achtung. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Nein, ich... Ich habe Fisch. Nein, ich habe Fisch. Nein. Wir sollen den Sie denn schon wieder nicht, Mann. Was machst du da? Oh. Es ist so zum Kotzen. Du greifst die ganze Zeit nach den Dingern und die rennen dann einfach so immer wieder im Kreis oder oben drüber oder... Oh, ich habe... Und in dem Modus darfst du nicht sterben. Wenn wir da sterben, schaffen wir es nicht. Ja, aber wir haben aber trotzdem super reagiert. Einer ist direkt weitergelaufen, der andere hat eben kurz gerätzt sozusagen und du bist dann auch direkt weitergelaufen. Ich komme mich noch nicht bewegen, wieder eine halbe Minute. Das ist so zum... Oh. Ja, aber das dauert trotzdem zu lange. Das ist wahrscheinlich... Einer vielleicht geht es mit einem Dead, ja, aber wenn du zweimal stirbst, ist es vorbei. Oh. Wart ihr auch? Wo waren wir da oben? Ich weiß, es können wir hier waren. Ja. Ja, müsst ihr wissen. Doch mal die Haken, die in den Garten kommen oder... Mir ist die Stoffe drunter. Mir ist das auch egal. Dann mach einen runter, dann ging es auf jeden Fall. Ja, du hast die Verantwortung für dieses ganze Let's Play, Mensch. Ich dachte, für dieses ganze Chaos. Genau, für das ganze Chaos auch. Deswegen bin ich gut versichert, Leute, ihr müsst mal ein bisschen aufpassen hier, ne? Mann, nimm doch nicht immer diese ganze Scheiße. So, Holz, Holz, Holz. Äh, hast du? Ja. Ich komm mal schon mal die... Oder auch nicht. Ich mach mal eben das Holz da rein. Ich bin abgeschräpelt. Äh, guck. Ja, super. Ja, guck du, dass du umstellst und Dinge vorhin mal machst. Das ist gut, alles gut. Ja, wenn ich umstellst, dann auch gut. Oh, du bist echt geil. Komm, können wir das nochmal schön machen? Ich will auch sterben, komm. Warum musste die sich auch direkt da in die Mitte hinlegen? Was soll der Scheiße? Weil da ist doch trotzdem, wenn du umstellst, kommt noch ein so eine Lore da. Hast du nicht gemeint? Du bist ja auch so stark. Also, sie hat dich offiziell gesetzt. Alleine, die dieses Netz klein sind, das müssen wir nochmal klären. Ja, das gibt hier Revanche, aber richtig. Also, das und das, was wir nicht auf uns sitzen hier, das muss geklärt werden. So, eigentlich sollten wir mal sagen, wer jetzt das Zelt macht. Mach das Zelt, mach das Zelt. Ich höre dich nicht. Mach einfach das Zelt. Ich habe das Ding drin. Holz. Holz. Ich habe so ein Disk. Holz. Ach, jetzt geht eine Mausblick, damit ich das Holz holen kann. Mach das Ding da. Holz. Steine, Steine, Steine. Komm da raus, komm da raus. Meine, meine, meine. Das wird schon wieder nix. Komm, lauf, 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 halt die Klappe und lauf. Das ist einfach eine runde Steine sind rund und wunderschön und grau. Und nicht so mau. Und am besten werfen wir sie noch hier mal nach unten. Ja, genau. Die schießen mir das Viech weg. Okay, ist durch. Wir können es zweite Zeit machen. Bin ich schon dran. Das Zelt ist schon fertig. Ich hau die gleich mit dem Stein auf. Ist durch, ist durch. Ich habe schon wieder nicht zugehört. Ich habe das schon gesagt, dass ich jemand den Stein auf den Kopf schmeiße. Holz, Holz, Holz. Nicht das Lagerfeuer. Na klar, wir machen jetzt doppelgemoppelt hier. Nein. Dann knochen wir mal. Nein, auf gar keinen Fall umstellen, sonst sterben wir beide. Mann, warum? Oh, jetzt sind kein Stein. Ich bin so durch. Steine, Steine, Steine. Okay, wieso brauchen wir kein Holz mehr? Boah. Mann, gib den ja. Oh, lauf, 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 lauf. Ist der Hammer? Hammer, wo ist der Hammer? Hier hinten in der Ecke. Wo? Schnell, noch ein Stein in die Seine auf der Erde. Das läuft auf Zeit, Leute. Ihr müsst auch sehen, wo die Sachen sind. Ich mach Holz, ich mach Holz. Licht, Licht. Da drüben, bei mir. Achtung, Rohre. Ich habe das Licht geholt. Ach, scheiße, es brannte nicht. Mann, jetzt geh da rein. Nein, pass auf. Angeln, Vorsicht. Nein. Nein. Ich stand doch gar nicht da drauf. Mach das letzte, mach das letzte. Hohle die Fische. Hohle die Fische. Schnell. Nein, du brauchst die Axt. Stell um, Stell um, Stell um. Umstellen. Oh nein. Das muss nicht gemacht werden. Wir sind gut. Hast du gerade tot gesagt? Ha, ha, ha. Wir müssen sie retten, sonst... Damit hat er seine Fische. Ja, ich weiß. Ja, aber das... Funktioniert nicht. Dann sind wir nämlich durch. Lass mich ruhig sterben. Das geht nicht. Nimm den Scheißfisch. Du musst ja das selbst rein. Holz. Rätzi, Rätzi, Rätzi. Ich mach das Holz. Rätzi, 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 Rätzi. Nein, ich muss hier... Wie, schon wieder Fische? Nein, keine Fische mehr. Hör auf. Nein. Vor das Zelt gehen. Zelt, Zelt, Zelt. Schnell rein, 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 rein. Oh, scheiße. Oh. Ich bin so zerreicht. Oh Gott, ich muss mich einweisen. Haben wir jetzt echt eine Stunde für dieses Level? Oder haben wir schon zwei in der Stunde gemacht? Also mein OBS sagt gerade 50 Minuten. 47. Ich hab ja inzwischen durch Pause gemacht, bis das Spiel wirklich losging. Also die sind vier, die sind vier, die sind vier, die sind vier. Aber guckt mal, wir haben sogar alle drei. Wow. Ja klar, aber vier, die sind vier, die ich nicht gucke. Kann ich mir sicherlich ein McDonalds-Menü kaufen? Boah, jetzt hab ich gerade so richtig so wusa im Körper, ne? Hallo? So. Ja. Ich würde aber sagen, wegen der Uhrzeit alleine, kurzen Cut und dann... Ja. Ja, jetzt hat sie sich wieder scharf gestellt. Meine Webcam war gerade oben scharf, ja. Ja, kurzen Cut? Oh Gott. Ja. Das war zu viel für meine Nerven. Ich muss mir auch mal ein frisches T-Shirt anziehen, ich bin durchgeschwitzt. Oh Gott. Das sagt sie irgendwie bei jeder Aufnahme. Natürlich, offscreen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.